hallo und herzlich willkommen bei virtusen an rollen voll geboren ins dank dass wir eingeschaltet haben auf den kanal ja wir haben hier tina das bunny und müssen jetzt mal anquatschen also bleibt dran und gehen wir es jetzt an oder was abgehört dieser hammer lockt sie braucht hilfe ich muss eine tür weg springen aber der scheiß ist kompliziert und ein paar banditen haben eine bombe gestohlen mir geht's gut mir ein paar zutaten für diese bombige pizza die ich in den ofen schieben will ich will ehrlich sein das ist eigentlich eine bombe es ist eine schöne große bombe dann hauen wir rein hier ich weiß dass es hier irgendwo den belag gibt den ich brauche tina hat ein spezielles extra würzig und runter gehen ja mal mit ja hier später das ding ok ja gut haben wir den schon mal gefunden ich glaube hier sollte ich nicht einfach so rum rennen ich wette du so hey tina warum sagst du dazu pizza weil man pizza überall lieben kann shorty und die leute so oh ist das eine pizza prächtig und jetzt huscht trinken gibt es nicht also also zu einfach wieder einer weg hey was machst du denn hier für körperweil ich bin das gesicht und du der esel, verdammter esel wenn eigentlich solche hier abgreifen Wir gehen einen ziemlich auf den Sack. Der ist nicht gleich da oben. Im Endeffekt brauche ich alles nur einmal anwitschen. So, die Waffen macht schon mega Bock ey. Auch wenn die nur eine... Ich werde dein Gebiss belassen! Hier ist jemand unberechtigt zu dir. Da... Wir sollen eigentlich da weiter rein. Ich will mal über hier. Hier ist so viel. So, ich geh mal da rüber gucken kurz. Genau, hier die Ecke will ich mal abgrasen. Mal gucken was wir da finden. Ja, so kommen wir da nicht hoch. Irgendwie kommt man da bestimmt hoch. Ah, ich hab schon gesehen. Da hin! Guck mal einen an! Bist du den Granatenwerfern? Nimm einfach mal mit. Auch wenn der Grau ist. Ich weiß gar nicht, ob man die Dinger irgendwie abschalten muss. Fehlt halt noch die Quest wahrscheinlich. Kommt vielleicht noch. Okay, gucken wir mal weiter. Das ist ja nicht Allertagabend. Zentrale Sicherheit, so sieht's aus. Nicht gut. Nichts gehen da. Nichts gehen da. Ui! Ui! Hey! Hey! Geil! Hey! Hey! So damit war es das glaub ich auch schon wieder. Oh, wir brauchen noch einen Zünder für diese bombige Bombe. Ich zeige ihnen Schinken in Pizzasprache und ich weiß wo es diesen leckeren Schinken gibt. Töte einen von diesen Krawallmachern. Sie mit den Bomben. Sie sind der Weg. Gehen wir erstmal hier hoch. So wie komm ich da rein? Ich bin ganz falsch tot! Wo? Schinken start! Mein Körper! Ha! Und weg bist du! Oh je. Meinem Kumpel zu ehren. Dem Mann. Sir Hemilock. Schiller? Ne, ich hätte doch oben bleiben müssen. Was nennen wir mal ne Bombe hier? Oh je der Mann. Hol mir die Kabel Shorty. In unserem Geschäft nennt man die Zwiebelringe. Lange Kabel lassen die Bombe so schön brutzeln. Mal in die Richtung. Ich weiss du manche Leute mögen keinen Zwiebeln. Aber denen sag ich, sag das nie wieder zu mir. Zwiebeln sind der Hammer. Der Hammer! Wie ist denn jetzt hier? Uh, wieder ein Geheimversteck. Junkie. Junkie. Was nicht alle so rum steht in der Gegend, ne? Das ist lustig. Ah, ich glaub ich das Ding will die. Oh ja. Oh, das ist eine gute Zwiebel. Okay, ich brauch ne Flasche Nitroglycerin. Bei uns heißt das Soße. Ohne Soße kann man keine bombige Pizza machen. So, wo soll ich jetzt noch hin? Irgendwo hier muss ein Soßenlager sein, Shorty. Nee, da ist schon tiefer. Ah, hier. Wunder geht immer. Ja. Die letzte wird's dann. Die kann man ja wieder mal durchwühlen. Ja, stimmt nochmal ein bisschen. Kohle, Kohle ist auch gut. Geht doch. Gib Tina die Zutaten. Machen wir. Kann man einfach so zurücklatschen. Was willst du noch? Mitnehmen. Ha, ich bin irre als du es je sein wirst. Mit Einschusslöcher wirst du fliegen. Versuch auch mich zum gegenloser. Ich hab sie gar keine Ahnung, mein Doktor. Reicht mich. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben besser versucht. Es gibt uns die Aufmacht. W poses Eiweiß, wir haben eine Empfäße. Wenden ist wir ja zu konto auf dem Weg gehen. Es ist einalah, ich bin. 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 Okay, ich war ein bisschen lasch, aber der Einstieg ist ja schwerer. Dann aber wieder hier drüben zurück, wenn ich das richtig sehe. Drei Blökenberg. Ja, was ist der? Was geht, geil! Diese Bombe ist wie man in meinen Kreisen so sagt, schweiß laut. Ich hab diese Kommate geflogen. in der Region. Verkauf bei Markus. Dann wollen wir weg. Oh, jetzt auch nicht mehr. Kannst du weg. Die ist zwar blue, aber egal. Weg damit. Und die können wir mal hier anlegen. Shoot. Ich nehme sie. Ja, gib doch mal hier. So, wo muss ich jetzt lang? In die Richtung. Morgen mal. Warum war ich? Tina, wo bleibt die Pizza? Komm. Da ist irgendwo einer. Höher. 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 Hopp. Gut, schau mal da rein. Ich bin der Vorbose, der Gewissheit, ein Tenz zu verschlinkt ist meine ewige Wahl, hier ist das Leben, er solltet sich da rein! Das ist gut. Jetzt sind wir hier oben, ah ok, ich verstehe, soo, gut, wir wollen aber immer noch diesen Wo ist der denn? Ist der jetzt unter uns? Wo soll der denn sein? Wo, der schweiß ist in. Hey, man, ok. Ich kann's nicht weg! Ich kann's nicht weg! So wie kommt man da hin? Hier. Oder auch nicht. Ist auf jeden Fall da oben drauf. Na gut, kann ja nicht immer so einfach sein. Was kriegt denn noch? Oh, ich bin echt zu doof. In dem Fall. Okay, da lässt er mich nicht durch. Das ist aber auch die einzige Möglichkeit sonst hier. Hey. Was geht nur hier? Oh. Also. Jawoll. Jawoll. Oh. Was haben wir jetzt hier? Okay. Man. Du bist für. Kalloh. Okay, das wird. Kamerjäger. Sichere die Brücke. Nicht schießen. Nicht schießen. Nein. 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 Falls das nachlässt. Hobsah das Schild ist halt weg. So, aber auch wieder ein Wieniger. Wie kann Muni? Uiuiui. Jetzt in Deckung gehen. Zeit, wir haben ein bisschen Muni. Ja, ist ja nicht anstrengend. Ich wollte es eigentlich. Na komm, erstmal hier. Das ist ganz schön nervig. Ey, da haben wir noch die hier. Das kann die denn so schönes. Jetzt muss ich fallen. Oh, es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Zeit. Es ist Pizzalieferzeit. Machen wir gleich in der nächsten Folge, wie man jetzt hier erstmal nämlich Feierabend. Ich sag ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.